Moin! Zum letzten Video. Eine Ergänzung, eine musikalische Ergänzung. Christoph Zehender und Manfred Steiger haben auf der CD Folgen sehr schön die Freude des Lukas vertont, dass er, der große Gott, sich erstens den ganz kleinen Menschen zuwendet. Lukas berichtet nämlich im ersten Kapitel, wie die kleine Bauern, deren Maria, 14 bis 16 Jahre alt, vom Engel Gabriel erfährt, Gott schenkt dir ein Kind, das die ganze Welt retten möchte. Und wie sie schwanger ist mit Jesus, erkennt sie, dass der große Gott, der das Universum geschaffen hat, sich um ganz kleine Leute kümmert. Und da singt sie ein Lied vor Glück, berichtet uns Lukas. Und das haben die beiden, Christoph Zehender und Manfred Steiger, wie folgt in unserer Zeit übersetzt. Du kommst hinein in unsere Welt, durch aller unserer Schwächen. Du weißt, was uns in Atem hält, woran wir fast zerbrechen. Du siehst, wie hilflos wir oft sind, erschöpft und ausgebrannt. So wie ein Vater seinem Kind reißt du uns deine Hand. Du kommst hinein in unsere Welt, willst sie ganz neu gestalten. Du, der die Macht in Händen hält, stürzt Mächte und Gewalten, schaffst Frieden und Gerechtigkeit. Was harte Herzen weich, in Güte und Barmherzigkeit, baust du mit uns dein Reich. Du hast so viel für uns getan, wir sind erfüllt davon. Du bietest uns die Freundschaft an, in Jesus deinem Sohn. Oh yeah, du hast so viel für uns getan, wir sind erfüllt davon. Du bietest uns die Freundschaft an, in Jesus deinem Sohn. Gott segne dich mit dieser Freude.